In einer Welt, die immer schneller und komplexer wird, ist Bildung die wichtigste Ressource. Obwohl Bildung maßgeblich darüber entscheidet, welche Zukunftschancen die Menschen haben, wird das Thema von der Landesregierung vernachlässigt. Deutschlandweit steht Brandenburg schlechter. Unterrichtsausfall, veraltete Schulausstattung und ein Bildungssystem mit schlechten Aufstiegschancen. Ich will, dass sich das ändert. Ich will, dass Bildung wieder den Stellenwert bekommt, den sie verdient. Holen wir die Schulen aus der Kreidezeit, geben wir unseren Schülerinnen und Schülern eine Unterrichtsgarantie und modernisieren wir die berufliche Bildung. In Brandenburg ist Unterrichtsausfall an der Tagesordnung. Wir können stolz darauf sein, was unsere Schüler und Schülerinnen trotzdem leisten, wenn man sich überlegt, dass bis zum Abitur fast ein gesamtes Schuljahr ausfällt oder bis zur mittleren Reife viel Unterricht verloren geht. Stellt euch vor, was ihr leisten könntet. Stellt euch vor, welche Voraussetzungen für euer Leben ihr haben könntet, wenn Unterricht wirklich so stattfände, wenn die Versprechen, die euch gegeben werden, für Bildung, für beste Voraussetzungen, wirklich eingehalten werden. Wir machen das. Wir, die Freien Demokraten für Brandenburg, ab 2. September.